So, für alle, die noch dran geblieben sind, es hat sich gelohnt. An viele Formen der Überwachung haben wir uns längst gewöhnt. Das hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt. Oh, man sagt gar keine Engländer. Nee, nee. Ihr seid schwule. Nee, auch nicht. Warum sprechen wir dann so? Oh. Ja, das ist in Deutschland, wo so. Hurensohn. Oh. Ja, das ist in Deutschland, wo so. Nee, auch nee. Warum sprechen wir dann so? Oh. Ja, das ist in Deutschland, wo so. So, für alle, die noch dran geblieben sind, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. An viele Formen der Überwachung haben wir uns längst gewöhnt. Das hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Die kosten nur 7,99 Euro und da bekommen Sie auch noch ein paar Bonuspunkte von Ihrer Krankenkasse. Ja, also erstmal ein riesengroßes Kompliment und Lob für alles, was du bis jetzt im Fernsehen fabriziert hast. Also ich fand alles klasse. Was ist die Konkursmasse? Hat Papi 50 Euro bezahlt in die Kasse? Also ich fand alles klasse. 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 So, für alle, die noch dran geblieben sind, es hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. An viele Formen der Überwachung haben wir uns längst gewöhnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. So, für alle, die noch dran geblieben sind, es hat sich gelohnt. An viele Formen der Überwachung haben wir uns längst gewöhnt. Untertitelung des ZDF, 2020